Integration von Geflüchteten ist ein Thema, aber es gibt viele positive Dinge, die selten genannt werden. Wir haben Männer und Frauen, die Geflüchtete unterstützen. Ich habe ein Beispiel aus Herzberg, die fahren nach Berlin, um in einer Hotellerie zu arbeiten. Ich halte das für gut, da machen Deutsche nicht mehr oder das andere in einer metallverarbeitenden Firma. Warum ist das wichtig? Wir haben gerade im Süden Brandenburgs demografische Probleme und die Integration kann bei der Fachkräftesicherung doch vieles machen. Wir haben Studierte, Geflüchtete, die in Bäckereien arbeiten. Ich finde es gut und es gehört viel Mut und Engagement dazu. Deswegen mein Dankeschön an die vielen Ehrenamtlichen, die Geflüchtete unterstützen, um sie zu integrieren, um unsere Probleme zu lösen. Es ist also eine Chance.